Werkzeuge von denen du nicht wusstest, dass es hier gibt und die du unbedingt brauchst. Heute, Vera Zyklop. Das Geile an der Ratsche ist auf jeden Fall, dass sie erstmal ewig lang ist. Das heißt, du kriegst einen richtig geilen Hebel zusammen. Und was ich richtig feiere, ist dieser schmale Ratschenkopf bei einer Halbzoll Ratsche. Du hast jetzt einfach nur hier zum Richtungswechseln, kannst gleichzeitig hier die Nuss lösen, wenn du hinten drauf drückst. Und hast halt einen extrem schmalen Ratschenkopf. Plus, der Hebel ist halt unendlich lang. Also ich feiere das Ding.